hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem global podcast der podcast über digitales und innovatives aus dem ingenieurbau wir sind martina und daniel und los geht's hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von global podcast heute mit einem wie ich finde es sehr spannend ein thema und zwar beschäftigen wir uns heute ein bisschen um nachhaltigkeit im bauwesen ganz speziell geht es heute um das thema cradle to cradle also von der wiege zur wiege wie das alles mit dem bauwesen zusammenhängt das erfährte gleich um das alles mal in so einen kontext zu bringen möchte ich noch ein bisschen ausholen vor kurzem waren ja im september die bundestagswahlen wir haben einen neuen kanzler gewählt und was auch bei der jüngeren generation vor allem sehr wichtig war das war der klimaschutz umweltschutz und auch das bauwesen hat ja eine gewisse rolle und keine unbedeutende also die erderwärmung die soll ja nicht weiter vorangetrieben werden und das schaffen wir eigentlich nur indem wir die treibhausgase reduzieren und in dem pariser klimaschutz abkommen da wurde ja vereinbart dass eine erwärmung von maximal bis zwei grad besser 1,5 grad bis zum jahr 2100 nicht überschritten werden sollen so und jetzt auf deutschland gespiegelt muss deutschland bis zum jahr 2050 klimaneutral werden damit das ziel von pariser klimaschutz abkommen für 2100 eingehalten werden kann und da braucht es natürlich extrem viele maßnahmen und veränderungen um oft denken wir ja die größten sage jetzt mal klimasünder oder die halt einen großen ausstoß an co2 emissionen für üben diese bereiche findet man vor allem in der energie oder im verkehr und so weiter allerdings das bauwesen bzw jetzt der gebäude bzw gebäude und bausektor also ich spreche hier von gebäuden und bauen der macht auch einen sehr großen anteil aus laut einer statistik macht diese ganze sektor gebäude also auch der betrieb von gebäuden wie wir leben aber auch das bauen von gebäuden etwa 38 prozent der globalen ausstoßes von co2 aus und das ist nicht wenig das ist wirklich eine große zahl also fast 40 prozent gehen dabei drauf und wie können wir jetzt das alles bisschen verringern und da gibt es jetzt verschiedene ansätze ja wie man das in den nächsten jahren bzw nächsten jahrzehnten verringern kann und ein prinzip dieser nachhaltigkeit oder auch wie man dieses bauwissen besser machen kann ist das cradle to cradle also von der wiege zur wiege aber was bedeutet cradle to cradle überhaupt vielleicht martina könntest du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen ja also das ziel ist einen intakten kreislauf zu kreieren und produkte oder materialien immer wieder zu verwenden und zwar solange dass kein abfall entsteht und der kreislauf für diese produkte und materialien soll schon ab dem ersten gedanken an das produkt beginnen man hat sich da die erde zum vergleich geholt und zwar besteht die erde aus vielen verschiedenen lebenszyklen diese gibt es schon seit jahrtausenden und die wird es auch noch viele jahre geben ein beispiel dafür ist der kirschbaum die sonne ist die unendliche quelle und gibt dem baum jedes jahr wieder seine blüten und dann die ernte die blüten fallen dann zu boden und werden dann in der erde wieder zu einem neuen produkt außerdem ist der kirschbaum wohnort für viele tiere und der baum säubert auch noch die luft die natur erneuert sich dabei immer selber und jeder lebenszyklus beginnt immer wieder von vorne es werden also dinge die eigentlich endlich scheinen unendlich verfügbar gemacht und dadurch hat man einen positiven einfluss auf die umwelt der mensch der hat allerdings einen linearen ansatz der lautet take make und dispose also nehmen machen und entsorgen man könnte das ganze auch cradle to grave nennen also vom ursprung bis ins grab es ist nämlich so dass wenn ein produkt kaputt ist dann werfen wir es einfach in den müll und teilweise kann das auch richtig gefährlich werden weil giftige stoffe entstehen zum beispiel bei elektrogeräten also wenn ich das richtig verstehe dann betrachten dass die menschen einfach diesen prozess zu kurzfristig also um wirklich nachhaltig agieren zu können muss man diese ganze prozesskette sage ich jetzt mal diesen prozess kreislauf langfristig in einem geschlossenen kreislauf betrachten ich habe da jetzt auch einen begriff das ist dieses circular economy so wie es uns die natur zeigt aktuell ist es ja so wenn wir den müll den wir produzieren das ist ja ein wertvoller rohstoff aber am falschen ort mit dem könnte man jetzt doch was machen und zwar recyceln deshalb die frage an dich wir zeigen doch schon also wir sind doch eigentlich schon auf einem guten weg oder ja natürlich es gibt schon sehr viele konzepte für entsorgung oder recycling das problem ist allerdings dabei dass man erst zu denken beginnt wenn der abfall schon da ist und man verschlechtert quasi das produkt dadurch und das ist auch schlecht für die ökobilanz stichwort ökobilanz einfach mal für die hörer was versteht man denn unter eine ökobilanz also die dienen iso 14 040 die sagt aus dass die ökobilanz die zusammenstellung und die beurteilung der input und output flüsse und der potenziellen umwelteinwirkungen eines produktsystems im verlauf seines lebensweges ist und in dem moment kommt eben dann cradle to cradle ins spiel der grundsatz ist dass man nicht nur eben einen negativen ökologischen fußabdruck des menschen geringer macht sondern dass man auch einen positiven fußabdruck erzielt das prinzip ist ganz einfach es gibt zwei kreisläufe die ineinander greifen zum einen den biologischen kreislauf dazu zählt alles was irgendwie in die umwelt gelangt produkte werden wieder in den kreislauf eingeführt indem wir sie eben einfach den boden zurückgeben und dadurch neue dinge schaffen dabei sprechen wir von verbrauchsmaterialien und ein beispiel dafür ist zum beispiel das t-shirt bei dem bei dem abrieb von den textilien nachhaltige textilien verwendet wurden die dann immer wieder in den kreislauf eingeführt werden und dadurch neue produkte entstehen können der andere kreislauf ist der technische kreislauf die produkte werden überprüft und dann als neue ressourcen wieder verwendet und das sind gebrauchsmaterialien die eben nicht direkt in die biosphäre gelangen und sich dadurch nicht direkt abnutzen der gedanke von cradle to cradle ist dann dass man diese beiden kreisläufe verbindet nachdem die materialien in einem produkt benutzt wurden sollen sie sich eben in einem anderen produkt wieder nützlich machen dabei gibt es keinen qualitätsverlust und es werden alle teile so verwendet dass man nichts mehr weg schaffen muss das will man dann auch in der baubrasche anwenden und im bauwesen verfolgt man den sogenannten low tech ansatz low tech bauen bedeutet aber high tech planen das heißt der planer gestaltet die bauwerke so einfach wie möglich und dabei greift man auf natürliche ressourcen zurück und versucht erneuerbare energien zu benutzen am besten kommen die materialien auch aus der umgebung und haben deshalb keine langen transportwege das ding ist dass credit to credit aber nicht nur eine technische lösung ist sondern man könnte fast sagen es ist eine lebensart denn es werden noch viele andere aspekte mit berücksichtigt gebäude sollen für menschen gebaut werden und nicht nur für die energiebilanz und diese beiden punkte müssen eben zusammengeführt werden es ist nämlich eine integrale planung es werden energie ökonomie soziokulturelles behaglichkeit funktionalität design technik prozess und natürlich die ökologie berücksichtigt das heißt dass man auch wasser spart und erneuerbare energien verwendet ok also vielen dank für diese erklärung das ist mit sicherheit ein richtig der richtige weg oder einer der richtigen wege einfach um nachhaltiger bauen zu können ich merke aber so aus den projekten dass das noch nicht wirklich in der breiten masse angekommen ist also in der theorie klingt das ganze ja ganz gut aber ich glaube in der praxis braucht das dann doch noch ein bisschen zeit bis sich das wirklich durchgesetzt hat aber viel spannender ist jetzt bei den projekten wo es sich durchgesetzt hat und wo dieses prinzip cradle to cradle ja angewendet worden ist schauen wir uns jetzt mal paar beispiele an ja was hast du denn da für uns ja also es gibt tatsächlich schon sehr viele cradle to cradle zertifizierte baumaterialien und man soll zum beispiel materialien einsetzen die emissions arm sind und eben auch keine schadstoffe haben damit die menschliche gesundheit nicht gefährdet ist der mensch der nimmt nämlich die schadstoffe über die haut auf oder er kann sie einatmen und durch gesündere produkte verbessert sich die lebensqualität und die arbeiter zum beispiel sind weniger oft krank das steigert dann wiederum die produktivität des unternehmens dazu zählt zum beispiel auch der alte baustoff leben und dazu werden wir auch bald eine folge rausbringen und euch darüber informieren ein weiterer nachhaltiger baustoff ist zum beispiel das holz 100 haus dafür werden für die wände nur holz verwendet und zwar werden holzplatten überkreuz geschichtet und dann mit dübel verbunden und durch die mechanischen verbindungen entsteht dadurch ein kompaktes bauelement wo man keinen kleber und keine anderen schutzmittel einbringen will muss und deshalb entsteht ein gesunder baustoff der schlüssel für sein holz 100 haus ist auch dass man mondholz verwendet in diesem mondholz sind die holzfasern dichter und dadurch können keine schädliche schädlinge eintreten und deshalb kann man eben auf diese toxischen holzschutzmittel verzichten dann fragt man sich natürlich jetzt warum macht er nicht einfach jeder so ein holz 100 haus oder eben mein holzhaus aber das problem ist natürlich dass die investitionskosten am anfang höher sind einfach auch dadurch dass der planungsaufwand höher ist weil man eben keine anderen mittel wie kleber oder holzmittel verwendet und ja deshalb kostet es eben mehr allerdings ist es so dass holz eine natürliche isolierung hat und deshalb auch eine gute wärme und schalldämmung in die man dann in einem holzhaus nicht investieren muss und dadurch halten sich eben die kosten für wärme und schalldämmung sehr niedrig und im laufe der gesamten lebenszeit eines gebäudes kann man dadurch dann kosten einsparen und dadurch werden die kosten am anfang wieder ausgeglichen aber in deutschland hat man schon einige projekte mit einem vollholzhaus oder mit einem holz 100 haus gebaut dann kannst du uns da vielleicht erzählen was da schon gibt ja ich habe hierzu zwei beispiele und zwar einmal das beispiel woodcube in hamburg das ist ein mehrfamilienhaus das auch in massivholzbauweise errichtet wurde nebenbei holz ist meiner meinung nach sogar der baustoff der zukunft und wirklich nachhaltig bauwerke errichten zu können und bei diesem projekt dabei wurde komplett auf irgendwelche schädlichen stoffe verzichtet und das hat eigentlich auch dazu geführt dass es dann auch co2 neutral errichtet worden ist und ja was typisch beim holzbau ist dass da auch oft der brandschutz angezweifelt wird aber meistens zu unrecht weil holz eigentlich doch über sehr gute brandschutz verhältnisse verfügt und deshalb wurde auch bei dem woodcube durch diese massive bauweise in holzbau auf weitere maßnahmen für den brandschutz nahezu verzichtet und dann habe ich noch ein weiteres beispiel das ist das der cradle im düsseldorfer medienhafen es ist ein bürogebäude was auch ausschließlich aus holz besteht und dabei wurde in der planung dieses gebäude auch so berücksichtigt dass es zu einem späteren zeitpunkt auch für etwas anderes verwendet werden kann also die jeweilige nutzungsklasse beziehungsweise die art der nutzung ist so geplant worden das ist mal in zukunft was für was anderes verwendet werden kann also jetzt aktuell ist es ein bürogebäude später kann es aber auch zu einem wohngebäude beispielsweise werden und da wurden zum beispiel für dieses gebäude holz verwendet allerdings konnte man natürlich nicht ganz auf betont verzichten was er nach wie vor vor allem für die fundamente und wie die gründung gebraucht wird aber was man bei der innenausstattung berücksichtigt hat dass auch hier schadstoff freie und recycelbare materialien eingesetzt worden sind um einfach den mitarbeitern eine gesunde umgebung anbieten zu können ja und ich habe jetzt noch zwei weitere beispiele ich habe schon vorher erwähnt das mit der ganzen umnutzung also das ist auch ein häufiger grund warum bauwerke auch abgerissen werden oder einfach nicht mehr weiterverwendet werden können weil die wände so wie sie erstellt worden sind oder einfach diese ganze tragstruktur einfach die nutzung so einschränkt dass einfach diese räume nicht gut genutzt werden könnten wenn man das jetzt weiter benutzen würde ja also was man in zukunft machen sollte dass man hier die planung so forcieren sollte dass zum beispiel büros später auch als wohngebäude dienen könnten und dass man dementsprechend den grundriss auch anpasst und das könnte halt natürlich in diesem sinne ökologisch und nachhaltig sein weil das gebäude dann dementsprechend für einen anderen anderen zweck verwendet werden kann und klassisches beispiel ist da zum beispiel die skelettbarweise ja die mit vielen stützen arbeitet und wenn die wände einfach ein und ausgebaut werden können also umgebaut werden werden können so entsteht auch eine einfache grundrissänderung und man kann halt eine bessere nutzungsänderung gewährleisten und der nächste punkt ist auch das thema sanierungen aktuell ist es in deutschland zumindest so dass sehr wenig saniert wird ja also mit sehr wenig meine ich auch wirklich sehr es wird lieber abgerissen anstatt jetzt wirklich das gebäude noch mal in angriff zu nehmen und zu sanieren und laut empfehlungen sollte man hier viel mehr investieren damit die graue energie die in dieser gebäude geflossen ist also die energie die für das errichten und das erzeugen der materialien für das gebäude eingeflossen ist dass die nicht einfach wieder verloren geht sondern dass die weiter benutzt wird oder weiter noch vorhanden ist und daher wäre natürlich das thema sanieren ein ja ein guter weg nachhaltiger mit gebäuden umzugehen martina was gibt es denn noch von dir hast du noch was hinzuzufügen ja also der grundsatz von cradle to cradle ist ja dass man nicht nur nachhaltige produkte verwendet sondern auch in andere nachhaltige lösungen investiert und die betrachtet und eins ist zum beispiel auch welche wohnsituation ist denn eigentlich am nachhaltigsten es ist nämlich so dass am besten wäre wenn jeder einwohner im durchschnitt einfach auch weniger wohnraum hätte was nämlich einfach am nachhaltigsten wäre wenn jeder bewohner weniger platz hätte dadurch würde auch die flächenversiegelung zurückgehen und ja und es würde einfach alles ein bisschen kleiner gehalten werden am effizientesten wären dabei zum beispiel wohngemeinschaften die einen privaten raum haben aber dann einen gemeinsamen wohnbereich und bäder weil ein zimmer wohnungen und studios meisten platz verbrauchen und deshalb am unnachhaltigsten eigentlich sind so wie wir eben gerade leben wie man bei diesem beispiel auch sehen kann kommt es bei cradle to cradle eben nicht nur auf die materialien an sondern eben auch auf ein komplettes umdenken und andere konzepte bieten nachhaltigkeit im bauwissen man sollte dabei aber nicht nur lösungen für einzelne gebäude suchen sondern vielleicht auch sogar schon gesamte quartiere betrachten die dann dem cradle to cradle prinzip entsprechen es gibt auch schon einige projekte in europa wo eben der ganze stadtteil dann auf cradle to cradle ausgelegt ist und auf nachhaltigkeit ausgelegt ist und ein beispiel dafür ist zum beispiel der close door district in luxemburg das ist so dass arbeiten wohnen freizeitbildung mobilität und einkaufen im sinne der nachhaltigkeit in einklang gebracht werden und ich war das selber auch schon mal und es ist wirklich sehr faszinierend weil es eben lauter nachhaltige riesige bürogebäude gibt aber zwischendrin auch zahlreiche grünflächen die reich an biodiversität sind und auch wasser und pflanzen und die eben auch eine erneuerbare energie verwenden um ihre gebäude energetisch zu mobilisieren genau also wir haben jetzt auf jeden fall schon einige beispiele gehört wie man cradle to cradle in der baubranche umsetzen könnte aber gibt es denn eigentlich auch schon ein beispiel für cradle to cradle das so ein vorzeigebeispiel ist kennst du da irgendwas daniel natürlich haben wir auch gemeinsam recherchiert und zwar haben wir hier ein bürgerbüro der stadtverwaltung wendlo das ist eine niederländische stadt herausgesucht und das ist wirklich nach dem prinzip cradle to cradle gebaut worden und ich würde sagen wir fangen jetzt einfach mal mit der gebäude hülle an martina ja als dieses gebäude ist ja durch und durch auf dem cradle to cradle prinzip geplant worden und es wird deshalb auch biodiversität groß geschrieben und deshalb ist die nördliche seite des gebäudes eine fassade mit pflanzen also die gesamte wand ist mit pflanzen bepflanzt und die sollen co2 umwandeln feinstaub filtern und auch stückstoff oxide und und ozonen absorbieren und daneben ist diese fassade auch noch eine natürliche isolation gegen hitze kälte und lärm und sie säubert aber nicht nur die luft des gebäudes sondern auch die umliegende luft bis zu 500 meter auch innen gibt es dann einige pflanzen und die sorgen zusätzlich für sauerstoff und auch feuchtigkeit denn oft ist die luft in bürogebäuden schlecht und trocken die experten von fenlo haben auch gesagt dass dadurch das gebäude ein gutes bauwerk wird und nicht nur ein weniger schlechtes und man sieht es auch weil die krankheitstage der mitarbeiter im gebäude sehr stark abgenommen haben und die mitarbeiter allgemein gesünder sind die süd fassade die ist dann aus aluminium und aluminium ist sowieso ein unendlich wiederverwendbares produkt und man kann es eben so oft wiederverwenden auch ohne dass die qualität verloren geht aber hat man auch bei der gebäudeausrüstung also bei der tga den cradle to cradle ansatz anwenden können daniel ja auch hier wurden ansätze genommen und ein beispiel ist es ist so dass der entwurf so geplant wurde dass es eine natürliche ventilation gibt also dafür wurde ein so genannter sonnenschonstein geplant den kann man sich so vorstellen wie einen riesigen kamin da einfach nur aus glas besteht und auf dem dach dann dementsprechend erhitzt wird und dadurch entsteht ein natürlicher zug im gebäude und das ist gut für die jeweilige thermik und die luft die dann halt für alle zwei stunden etwa ausgetauscht wird also ein gutes raum klima auch für die jeweiligen mitarbeiter in den büros dann was haben wir noch wir machen eine gewisse betonkern aktivierung ja klar es ist auch beton verwendet worden aber oft braucht man beton für die jeweiligen gebäude vor allem wenn es um die aussteifung geht oder auch um die gründung hier in diesem fall regelt die betonkern aktivierung die temperaturen gebäude wasser wird durch die rohrleitungen geströmt die die temperaturen des unteren kellerbodens haben und das wasser pumpt man durch das gesamte gebäude und dadurch wird es im sommer gekühlt und im winter erwärmt also auch hier sorgt man dann für ja ein entsprechendes raum klima für die jeweiligen mitarbeiter und spart an teuren und energiefressenden heizungs und klimaanlagen was haben wir noch hinsichtlich der technischen gebäudeausrüstung wir machen noch mal solarzellen die gleichzeitig sonnenschutz und energiebringer sind und zuletzt haben wir auch noch den energieverbrauch und der hat sich zum vergleich zum früheren standort dieses jeweiligen bücher büros in wendloh sogar auf ein drittel reduziert weil man halt diese ganzen prinzipien des cradle to cradle berücksichtigt hat weg von der gebäudeausrüstung hin zur gebäudeausstattung also damit sind hauptsächlich die möbel und die einrichtungen gemeint bei der inneneinrichtung wurde natürlich auch das prinzip des cradle to cradle angewendet also hauptsächlich zertifizierte einrichtungen wie zum beispiel stühle und teppiche und die meisten produkte die können nach der lebenszeit des gebäudes auch wiederverwendet werden und wir hatten ja das thema schon mit der nutzungsänderung und der nutzungsgestaltung hier lässt es der besondere grundriss zu dass die materialien auch schnell wieder auseinandergebaut werden können cradle to cradle alles schön und gut wie schaut aber die zukunft aus das wäre glaube ich auch noch eine spannende frage ja also die theorie von cradle to cradle klingt ja schon mal sehr spannend und auch sehr hoffnungsreich für die zukunft des bauwesens weil man ja eben die klimaziele erreichen will und der bau sektor so stark für die co2 emissionen beiträgt deshalb wäre das ja eigentlich die perfekte lösung dass man immer wieder materialien verwendet und dass auch alle gesund sind und deshalb würde ich auch sagen dass cradle to cradle ein neuer lebensansatz ist beziehungsweise ein nachhaltigkeitsansatz im bauwesen allerdings stehen wir immer noch ganz am anfang und das liegt auch daran weil man eben umdenken muss und auch neu handeln muss die meisten glauben dass mit cradle to cradle auch sofort ein verzicht in verbindung steht aber es ist eigentlich eigentlich nicht so weil man eben einfach nur umdenken muss und neue ja neue ansätze neue lösungen und neue theorien akzeptieren muss und damit eben dieser ansatz durchgeführt werden kann und was vielleicht auch ein problem ist dass es immer noch nicht die eine richtige lösung gibt sondern viele verschiedene und davon die hängen auch zum beispiel von den unterschiedlichen standorten ab weil man eben in bayern ganz andere bauprodukte hat als in anderen teilen der erde und man deshalb natürlich ein gebäude in bayern ganz anders gestalten könnte als jetzt vielleicht in amerika oder so und deshalb muss man sich einfach nur trauen und diesen ansatz nachgehen und versuchen diesen bau sektor nachhaltiger zu gestalten und am besten eben mit cradle to cradle der eben gar keine abfälle mehr produziert ich habe dazu auch wenn wir das jetzt so als fazit nehmen drei meinungen beziehungsweise drei standpunkte erstens muss man akzeptieren dass die anschaffungskosten anfangs für die errichtung eines gebäudes höher sind allerdings wenn man das dann langfristiger betrachtet dass man hier um wieder einspare das was man zuvor mehr investiert hat ist dann am ende ein höheres einsparpotenzial wenn wir das über den gesamten lebenszyklus betrachten erstens zweitens das ist das cradle to cradle vielleicht nie zu 100 prozent funktionieren kann das ist jetzt meine persönliche meinung ich denke da halt einfach an die gewisse gebäudeausrüstung wie elektro ja es sind auch solche ressourcen materialien die nicht eins zu eins wieder wiederverwendet werden können da ist auch viel schrott dabei elektroschrott und natürlich unser wahrscheinlich meist verbautes meist verbautes material beton beziehungsweise stahlbeton aktuell gibt es meiner meinung noch keine alternative wie man zum beispiel gründungsbauteile oder auch bauteile die besonders viel an lasten aufnehmen müssen eine ein alternatives baumaterial an wie stahlbeton gibt es meiner meinung noch aktuell nicht ja und das heißt dass in zukunft auch nach wie vor noch mit stahlbeton beziehungsweise beton gerechnet beziehungsweise gebaut werden muss was aber schon möglich ist dass recycling beton verwendet werden kann wobei diese umwandlung in recycling beton noch relativ aufwendig ist und das bisher nur bei ja sagen wir mal straßenbauten verwendet worden ist vielmehr spricht man wenn man den beton wirklich weiterverwenden möchte von einem downcycling also es kann nicht wieder in der gleichen variante verwendet werden wie es schon mal verwendet worden ist das war zweitens und drittens glaube ich dass das nur das cradle to cradle nur ein möglicher ansatz ist gebäude nachhaltiger zu bauen es gibt da noch weitere wie zum beispiel dass man mit nachhaltigen baustoffen baumaterialien bauen soll wie zum beispiel ja holz holz ist für mich nach wie vor echt das baumaterial der zukunft und dass man zum beispiel auch offen sein soll die energie ressourcen schonen beziehungsweise klimaneutral zu produzieren heißt zum beispiel die installation von solardächern auf seinem eigenen zu hause zu installieren oder zum beispiel auch auf gewerbeflächen auf den jeweiligen dächern ja solaranlagen zu installieren um somit energie zu erzeugen das sind für mich diese drei punkte die ich auch jetzt noch mal als fazit gerne aufsagen wollte ja in der baubranche gibt es ja sowieso auch einen wandel hinsichtlich der digitalisierung weil jetzt ja auch langsam die digitalisierung in der baubranche angekommen ist aber dann ja glaubst du dass bim auch positiv dazu beiträgt dass credit to cradle angewendet wird oder eben gebäude nachhaltiger geplant und dann gebaut werden ja ich denke schon bim würde ich sogar sagen dann würde ich sogar sagen dass es auch gemeinsam mit diesem cradle to cradle prinzip sehr gut ja auskommen kann beziehungsweise die spielen auch irgendwie miteinander weil auch bim berücksichtigt diesen lebenskreislauf eines gebäudes und im bim gibt es ja auch verschiedene sagen wir dimensionen man kennt dieses 3d das heißt also man berücksichtigt dieses gebäude wirklich mit den jeweiligen einheiten von länge breite höhe also dieses 3d modellieren da kommen noch verschiedene dimensionen wie zeit und kosten hinzu 4d 5d 6d und 7d und dieses 7d spielt auf das thema nachhaltigkeit ab und da spielt auch dieses cradle to cradle eine gewisse rolle und deshalb denke ich schon dass bim und dieses prinzip von cradle to cradle also diese nachhaltigkeit zusammen spielen ja und deshalb bin ich eigentlich schon der meinung da dass bim und nachhaltigkeit dass das einen beitrag für ja sagen wir mal energieeffizientere und nachhaltigere gebäude für die zukunft spielt auf jeden fall ja ich glaube das auf jeden fall auch also es ist auf jeden fall jedem bewusst es muss ein umdenken her und wir müssen jetzt handeln damit wir wenigstens noch einigermaßen das klima retten können und ich glaube eben auch dass bim uns sehr weiterhelfen wird weil wie wir ja anfangs gesagt haben cradle to cradle ab dem ersten moment beginnt und nicht erst dann wenn ja das produkt eben schon eingebaut ist und dann irgendwie nicht mehr verwendet werden kann und deshalb glaube ich ist das auf jeden fall eine chance für uns und eben auch eine hoffnung für das bauwesen dass wir uns da ändern können und dann nicht mehr so einen schlechten fußabdruck hinterlassen absolut sehe ich auch so also wirklich jeder mensch muss sich dann auch hinterfragen was kann ich leisten damit es damit ich meinen co2 fußabdruck wirklich minimieren kann aktuell haben wir einfach einen sehr großen und wie kann ich meinen beitrag dazu leisten ja weil ich bin der meinung dass jeder seinen beitrag dazu leisten kann und auch sollte ja ja und in diesem sinne würde ich sagen kommen wir auch zum schluss unserer folge wir hoffen natürlich dass euch diese folge gefallen hat wie gesagt für fragen anregungen tipps oder auch kommentare sind wir jederzeit gerne zu haben schreibt uns einfach in die jeweiligen kommentare und freuen uns natürlich auch auf euer feedback dann wünschen wir euch noch eine schöne zeit und wünschen und wünschen uns natürlich dass ihr das nächste mal wieder rein hat bis zum nächsten mal tschüss tschüss